Meine Elfen haben Kurzarbeit, Mann, ich habe auch Zeug zu erledigen. Auf jeden Fall Angebote bei Gröne. Jetzt geht's los. Weihnachten! Ho, ho, ho. Bald ist es wieder soweit und Weihnachten steht vor der Tür. Und wie könnten wir das besser feiern mit Angeboten, die so reinknallen wie Onkel Wobas Glühwein? Angebot, Angebot, Angebot! Nur Angebote! Minus 10% auf alle farbigen PLR-Filamente jetzt bei Gröner. PLR! PLR! Premium PLR! Darunter zählen Atomic Green, Transparent, Dutch Orange, Flaming Red, Ocean Blue, Robotic Grey, obwohl das gar keine Farbe ist, Solar Yellow und Sweet Fucking Purple, aber nicht Strong Black, weil das ist jetzt wirklich keine Farbe. Und falls euch das nicht hochprozentig genug ist, gibt's jetzt minus 15%. Minus 15% auf alle Abverkauf-Filamente. Darunter zählen Matt PLR, Vibra 3D, Crystal Flex, Python Flex, Titan X, Stone Fill, Carbon Fill, Reform PT, alle HD-Glas-Filamente, ABS Pro, ABS Pro Flame Retardant, Premium ABS und Matt PLR! Let's go! Dieses Angebot gilt nur bis zum unten eingeblendeten Datum. Nur solange der Vorrat reicht. Tragt eure Masken und desinfiziert bitte eure Hände. Ich will nächstes Weihnachten mal tatsächlich vorbeikommen. Sag's mir. Ich bin der fresheste Weihnachtsmann, den du je gesehen hast. Mit den freshesten Angeboten.